Ja, das nächste Stück, da hat uns eigentlich ein Bekanntes auf Pest drauf aufmerksam gemacht. Sie sagten, diesen Titel, den müsst ihr unbedingt spielen, der ist so toll. Naja, Musizien, was soll das sein? So Exorzitien, nein, ist es natürlich das Französische, Musicien, heißt Musiker, korrigiert mich bitte. Ja, und das ist geschrieben von einer französischen Band, Moi et les autres, nicht nur die anderen. Eine wunderbare Jazzsängerin, hat Jazz und Chanson studiert, auch in Deutschland. 2018 ist das Stück rausgekommen und sie haben auch Preise gewonnen in Lille. Viele Konzerte in Deutschland gegeben und es ist echt ein Ohrwurm. Also ich glaube, der geht aus ihren Köpfen jetzt nicht mehr raus, kann ich nichts hören. Das Spiel ist jetzt einfach. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Musizien. Das Spiel ist jetzt einfach. 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 Das Spiel ist einfach. Das Spiel ist einfach. Das Spiel ist einfach. Musik 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 Musik